Hallo, schön, dass du diese Seite gefunden hast und Interesse daran hast, deinen eigenen Quadrokopter zu bauen. Mein Name ist Michael Hugen und ich würde dir als erstes gerne erzählen, wie ich zu diesen Koptern gekommen bin. Angefangen hatte es damals als kleiner Junge mit Modellautos und Voten. Als ich dann das Elektrotechnikstudium in Richtung Automatisierungstechnik und Robotik begonnen habe, habe ich irgendwann die Liebe zu den Quadrokoptern gefunden. Während dem Elektrotechnikstudium konnte ich mich dann sehr viel um die Hardware kümmern und mir die Hardware, die Steuerelektronik, die ganzen Sensoren genauer angucken. Nach meinem Elektrotechnik Bachelor studiere ich nun den Medieninformatik Master. Da geht es eher in die Softwarerichtung. Das heißt, ich entwickle auch eigene Software für solche Kopter, die ich halt für meinen Laborbetrieb brauche. Während meinem Studium wurde ich mit unzähligen Fragen zum Thema Kopterbau gelöchert, zum Thema Fernsteuerung, Motoren, Akkus und so weiter, zu allem was dazu gehört, weil die Leute sagten, sie würden keine Anleitung finden. Ich habe mir gedacht, das kann doch nicht wahr sein. Da bin ich selber mal auf die Suche gegangen und habe festgestellt, es gibt wirklich keine detaillierte Anleitung, die alle Themen so behandelt, dass wirklich keine Frage mehr offen bleibt. Daraufhin hatte ich begonnen, diese ganzen Fragen zu sammeln, um eine wirklich detaillierte Bauanleitung für einen Quadrokopter erstellen zu können. Herausgekommen ist dieses Video Tutorial, wo ich dir alles erkläre, was du brauchst, um deinen eigenen Quadrokopter zu bauen. Von der ersten Schraube, vom ersten Kabel über die Fernsteuerung bis zum flugfertigen Quadrokopter. Bevor ich dir diese Bauanleitung an die Hand gebe, wollte ich natürlich hundertprozentig sicher sein, dass auch nicht jeder, wirklich jeder, mit dieser Bauanleitung einen flugfähigen Quadrokopter bauen kann. Und da kam mir meine Schwester genau recht. Sie hat noch keine Modellbauerfahrung, hatte noch nie Lötkolben in der Hand und mit Programmierung hat sie es auch nicht so. Sie musste also anhand von dieser Bauanleitung ihren eigenen Quadrokopter bauen, musste die ganzen Stecker und Kabel selber löten und auch die Änderungen in der Software, die dafür nötig sind, selber machen. Und das Ergebnis ist ein flugfähiger, optimaler Quadrokopter. Da war ich mir sicher, dass diese Anleitung wirklich für jeden da ist. In der Bauanleitung habe ich ganz besonderen Wert darauf gelegt, dass alles Schritt für Schritt erklärt wird. Du erhältst somit von Anfang bis Ende detaillierte Informationen und viele Tipps und Tricks, die dir den Bau erleichtern werden. Jeder einzelne Bauschritt wurde dafür in einem eigenen Video festgehalten, damit du dir live anschauen kannst, was passiert, was gemacht werden muss und es auch direkt nachbauen kannst. Natürlich erhältst du dadurch auch ein umfangreiches Wissen über deinen Quadrokopter, um ihn später erweitern oder im Schadensfall reparieren zu können. Du erhältst natürlich auch eine Liste mit allen von mir verwendeten Komponenten, aber darüber hinaus auch Alternativen für verschiedenste Bauteile. Das Wichtigste bei der Bauanleitung ist aber, dass du sehr viel Spaß an deinem neuen Hobby hast. Wenn du also schon immer mal deinen eigenen Quadrokopter bauen und dieses wundervolle Hobby Modellbau eintauchen wolltest, melde dich sofort an und du erhältst in den nächsten fünf Minuten deine Zugangsdaten. Du kannst heute noch mit den ersten Videos beginnen und ich hoffe, wir sehen uns gleich im Tutorial wieder. Australia Quadrokopter Shop eQuadrokopter kaufen Multikopter Austria Shop Multikopter Shop Desau Multikopter Shop Niederland Multikopter Shop NRW Multikopter Shop Schweiz Multikopter Shop Multikopter Shop USA Multikopter Shop Zürich Multikopter Shop Österreich Multikopter Teile Shop Quadkopter Bumblebee Shop Quadkopter China Shop Quadkopter Future Shop Quadkopter Hobby Shop Quadkopter Kaufen Aachen Quadkopter Online Shopping in India Quadkopter Parts Store Quadkopter Shop Almere Quadkopter Shop Amsterdam Quadkopter Shop Cape Town Quadkopter Shop Hressire Quadkopter Shop Conway Quadkopter Shop De Quadkopter Shop Erwaringen Quadkopter Shop Europe Quadkopter Shop In Singapur Quadkopter Shop London Quadkopter Shop Neami Quadkopter Shop New York Quadkopter Shop NL Quadkopter Shop singapore quadcopter shop south africa quadcopter shop tokio quadcopter shop toronto quadcopter shop – quadcopter. shop osa – quadcopter shopping list quadcopter shops sx quadcopter store – london quadcopter store los angeles quadcopter store online quadcopter store QuartkovterStorOS QuartkovterToy Shop QuartkovterToy жертв Shop QuartkovterAkku Kaufen QuartkovterBausatz Shop QuartkovterBauteile Shop QuartkovterDrohnen Shop QuartkovterDrohne Shop QuartkovterElektroning Kaufen QuartkovterCre� Shop QuartkovterGebraucht Kaufen QuartkovterEundert Kaufen Kaufen Aufrechnung Quartkovter Kaufen billig Quadrokuptakaufen Buchum Quadrokuptakaufen Dortmund Quadrokuptakaufen Dresden Quadrokuptakaufen Düsseldorf Quadrokuptakaufen eBay Quadrokuptakaufen GPS Quadrokuptakaufen günstig Quadrokuptakaufen in Bremen Quadrokuptakaufen in Karlsruhe Quadrokuptakaufen in Köln Quadrokuptakaufen in Spro Quadrokuptakaufen Kamerag Quadrokuptakaufen Köln Quadrokuptakaufen. kaufen mit Kamera Quadrocopter kaufen Münster Quadrocopter kaufen Münberg Quadrocopter kaufen Profi Quadrocopter kaufen Schweiz Quadrocopter kaufen Stuttgart Quadrocopter kaufen Test Quadrocopter Landegestell Shop Quadrocopter Mini kaufen Quadrocopter Modellbaus Shop Quadrocopter Motoren kaufen Quadrocopter Motoren Shop Quadrocopter Online kaufen Quadrocopter Phantom kaufen Quadrokuptor at C-Shop Quadrokuptor set kaufen Quadrokuptor Shop Quadrokuptor Shop at Quadrokuptor Shop Banco Quadrokuptor Shop Basel Quadrokuptor Shop Berlin Quadrokuptor Shop Bielefeld Quadrokuptor Shop Bremen Quadrokuptor Shop De Quadrokuptor Shop Deutschland Quadrokuptor Shop Dresden Quadrokuptor Shop Frankfurt Quadrokuptor Shop Germany Quadrokuptor Shop Hamburg Quadrokupte Shop Hong Kong Quadrokupte Shop Online Quadrokupte Shop Rahmen Quadrokupte Shop Schweiz Quadrokupte Shop Stuttgart Quadrokupte Shop Test Quadrokupte Shop USA Quadrokupte Shop Wien Quadrokupte Shop Zürich Quadrokupte Shop Österreich Quadroku